Willkommen zu unserem Video Leute und ich sag schon mal, ich bin irgendwie ein bisschen krank, also ich weiß auch nicht, ich bin sehr erschöpft deswegen Ich will aber trotzdem ein Video machen, also kein Wunder, wenn ich irgendwie ein bisschen ruhiger rede oder so Aber wenn das sein muss, muss das sein Leute Aber willkommen zu unserem neuen Roblox-Videospiel, heute der Bonus Lava Und wir sind hier in dem Spiel und ähm, oh, 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 oh mein Gott, warte mal Ach du Kacke, das ist ja wirklich Lava, ich meine, das ist mir schon klar, dass es wirklich, wirklich Lava ist Okay, warte, können wir da hoch? Ich glaube, das soll ja möglich sein, oder? Auf jeden Fall wird das ziemlich oft gespielt momentan, weil ich meine, der Bonus Lava wäre, spiel das nicht gerne Wie kam die da hoch eigentlich? Oh, danke, oh mein Gott, man muss sich da, man muss jemand anderen ausnutzen, um zu überleben Und ich glaube, wir sind an der höchsten Stelle, wie geil das Lava hier aussieht Das ist so wie Wasser, nur, dass es wortwörtlich Lava ist Und es gibt hier sogar einen Shop, Thanos, Fidget Spinner, Grapple, oh, das ist crazy, damit können sie wahrscheinlich setten Aber ich glaube, wir bekommen verschiedene Maps und die Lava, ich weiß nicht genau, was sie tun wird, Leute Aber ich habe es zufällig gesehen Oh, ich habe überlebt, okay, das ist sehr gut Ähm, also ja, äh, ja, was ist passiert, Leute? Ähm, schwer zu erklären, aber ich glaube, ich war, ich habe zu wenig geschlafen in den letzten Monaten und so Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich bin deutlich schwächer irgendwie Und, äh, ja, genau deswegen habt ihr wahrscheinlich schon gestern gemerkt Oh, aber, damn, ich mache trotzdem Videos, Leute, crazy, ich bin absolut crazy, ich weiß Okay, warte mal, können wir, eigentlich sollte das die sichere Stelle sein, oder? Oder vielleicht sogar, ah, nee, da kommen wir nicht hoch, leider Ähm, tja, das ist ein Problem, ich glaube, ich könnte mich auf dich stellen Nur, ich bin mir nicht sicher, wenn du dich bewegst, habe ich ein Problem Wenn du dich nicht bewegst, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt Und da kommt schon die erste Lava, man könnte sich natürlich auf den Bäumen hin verstecken Aber, das habe ich in dem Moment nicht getan, also, ich bin echt gespannt Oh, bitte bleib stehen Ich glaube, ganz ehrlich, hier sollten wir sicher sein Also, die Pyramide, wenn die einen nicht schützt, oh, wie crazy Alter, die Lava sieht auch echt geil aus, ne? Oh nein, bitte, chill dein Leben, okay? Lass mich bitte auf dich laufen, lass mich bitte auf dich laufen, okay? Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen Ähm, aber auch wenn das Video kürzer sein wird, dann wisst ihr, wieso auf jeden Fall Ähm, genau Okay, vielleicht mache ich, vielleicht mache ich auch in den nächsten Tagen nur ein Video Wir werden es sehen, Leute, je nachdem, wie ich mich fühle Aber der eine ist ganz schön, okay, wir haben schon wieder überlebt Ach du, was bekomme ich überhaupt dafür, dass ich überlebe? Vielleicht kriege ich irgendwas Punkte, oder? Lass uns gut sehen, Leute, ich habe zwölf Punkte Oh, und mit den Punkten können wir Sachen holen Momentan leider noch nicht allzu viel, wie es aussieht Aber das ist komplett okay, würde ich sogar sagen Okay, dann lass mal sehen, Leute, was kommt jetzt? Uh, was? Wo bin ich jetzt? Eine weitere App, Leute, okay, wo verstecken wir uns hier? Das ist, oh, warte mal Hier gibt es Treppen Ich glaube, es gibt eigentlich meistens nur ein Ort, wo man sich verstecken kann Die anderen Orte sind meistens nicht so geil Und das hier kann ich jetzt nehmen, ja Oh mein Gott, wir haben es genommen, Leute Wieso schwebst du da oben? Warte mal, sind wir hier sicher? Ja, das ist die höchste Stelle, Leute Hier müssen wir eigentlich sicher sein, oder? Wie seht ihr das, Leute? Schaut uns mal an hier Aber ich finde es so geil, wie Lava aussieht, ne? So, das sieht aus wie Wasser Nur in Rot, ich glaube, das haben die auch so gemacht, Leute Aber das ist, Alter, wie cool Hier, seht ihr das? Wie geil das aussieht, Leute Also, das hat Robox echt gut hinbekommen, so Wasser zu machen Oder Lava zu machen, ich meine Es reicht ja auch schon, die Farbe zu verändern Dann ist ja Wasser Lava Obwohl, Lava ist ein bisschen dickflüssig, auf jeden Fall Aber, ja, ich finde diese Experimente ganz geil Eigentlich, wenn man die ganze Zeit Lava In den Videos sieht Was passiert, wenn du das in Lava tust Oder das in Lava tust Oder so Experimente mit Lava Finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen Aber meine Hand würde ich nicht da reinstecken Also, diese Experimente würde ich nicht unbedingt machen Aber, okay, neun Sekunden Da kommt die nächste Map Okay, uh, wofür stecken wir uns denn hier? Tja, ich glaube, ich geh mal dahin, Leute Weil da ist ein Diamant Kriegst du zuerst, bitte Bitte, 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 bitte Komm schon, komm schon Ja, ich bin immer der Erste, Alter Ich bekomme den immer zuerst Wie geil ist das? Und diese Stelle hier Müsste normalerweise die Allerhöchste sein Und wenn man stirbt, dann ist man da hinten wahrscheinlich Ich glaub zumindest Buddy, kannst du bitte Ich schubst dich, ich schubst dich Ich schubst dich, Buddy, okay Ich schubst dich, oh mein Gott Du musst angepisst sein, okay, nein Wir schubst uns nicht, okay Wir sind Freunde Das ist richtig, wir vertragen uns Ich meine, es ist schon geil, wenn man sich hier holen kann Aber bis jetzt ist es echt einfach Zum Beispiel Jetpack 200 Robux Grapplehook Aber Jetpack müsste das teuerste sein, oder? Nein Jetpack ist billiger Was zum Teufel? Thanos? Wieso ist Thanos Ich meine, dass die Thanos-Hand meinen die wahrscheinlich Radio brauchen wir nicht Speedcoil Also wie schnell wir sind Ist natürlich ganz geil, aber Bis jetzt brauche ich gar nichts davon Weil ich wirklich, wirklich ohne Probleme überlebe, Leute Oh mein Gott Das sieht echt geil aus Aber warte mal Da oben einfach die Treppen hoch, oder? Ich sehe, das meine ich, Leute Ich meine, wenn du jetzt sagst, okay Das ist aber ganz schön schwer hier zu überleben Finde ich eigentlich gar nicht Ich finde es eigentlich eher Sehr, sehr einfach Ja, da unten ist so eine Münze Die kann man Oh, da oben ist ein Turm sogar Oh, da ist man echt am sichersten, ne? Verdammt, die Lava kommt Ja, mein Gott Tatsächlich habe ich diesmal einen Fehler gemacht, Leute Ich war Ich bin bei diesem Haus Warte mal, geht das kaputt? Oh mein Gott, es steigt Also wenn es jetzt noch mehr steigt, bin ich tot, Leute Also auf jeden Fall sind die ganzen Sachen hier drin kaputt Ich meine, die da oben Oh mein Gott Ich glaube, es könnte sein, dass es die einzige Stelle ist Ja Oh, wow Bin ich tot, oder überlebe ich das noch irgendwie? Tja, das ist eine gute Frage, ne? 10 Sekunden müssen wir mehr Ja, ich bin tot Oder? Alter, ich bin immer noch Oh, ich bin tot, leider Diesmal bin ich leider gestorben, ey Ich komme da nicht mehr hoch Tatsächlich war das der einzige Weg Wow Also das war eine schwere Map, auf jeden Fall Endlich mal Ich dachte, hä, wieso ich bin so einfach? Ich meine, eigentlich bin ich ganz froh, muss ich sagen Dass es doch nicht so einfach ist Labor sind wir jetzt Okay, aber wo ist die höchste Stelle hier? Ich glaube einfach, die treppen hier hoch Da gibt es einen Coin Danke dir Okay, ist das hier die höchste Stelle? Das würde mich interessieren, Leute Oh, warte mal, stimmt Das, was die machen, ist das bessere, ne? Okay, aber die Frage ist Komme ich hier Oh, what? Was passiert hier? Habt ihr das gesehen? Okay, warte, komme ich hier Oh Oh mein Gott Alter, das müsste die beste Stelle hier sein Die höchste vor allem Wie komme ich da bitte hoch? Wegen dem roten, oder? Ich habe keine Ahnung, Leute Würde ich gerne wissen Also Schon ziemlich crazy auf jeden Fall Und hier bin ich, Leute Schön am Lächeln Seht ihr das? Da bin ich, Leute Yes Oh, hi, na, alles klar Das ist so krass, ne? Ey, ohne Scheiß, ne? Alter So Ich muss sagen, ich feiere das mega Vor allem Das ist auf jeden Fall diesmal die höchste Stelle Seht ihr das? Eine andere höchste Stelle gibt es nicht Warte mal, wie soll ich... Oh Der eine, ach so, die Zeit Ich achte gar nicht auf die Zeit, Leute Ich achte nur darauf, bis sie leider weg ist Und ich noch mich am Leben sehe Nächste Map, Leute Okay Keine Ahnung, wo ich hier bin Aber das ist sehr interessant Auf jeden Fall Äh, ich würde sagen Ich hole kurz die Coin Ganz kurz nur, ganz kurz nur Hier können wir nicht bleiben, Leute Wenn wir hier bleiben Verrecken wir, oder nicht? Also ich weiß ja nicht Aber ich glaube... Oh, da ist auch ein... Oh mein Gott, Alter Jetzt mal ehrlich Wo soll ich bitte hin? Alter, wie kamt ihr hoch? Wie kamt ihr hoch? Oh mein Gott, Scheiß Ah, warte, so So, oh Oh mein Gott, Glück gehabt Ist das höher als der Kamin? Ich glaube, der Kamin ist der höchste, ne? Hier, schaut euch mal an, Leute Ach du Kacke, ey So, das ist echt nicht mehr normal Einfach überall ist Lava, ey Das ist crazy Einfach nur crazy Was immer dazu... Nein, nein, nein Ich bin tot Ich bin tot, Leute Ich bin tot Ich hab einen Fehler gemacht Ich hab einen Fehler gemacht Ich hab einen Fehler gemacht Ja, oh, oh Oh mein Gott, ich lebe noch Oh mein Gott, ich lebe noch Ich weiß nicht wie Ich hab so viel Leben verloren, ne? Also ein Wunder überhaupt Dass man nicht sofort stirbt Dass man auch ein bisschen Zeit hat Aber eine Sekunde noch und Wir haben es überlebt Oh, Gott sei Dank Das war echt knapp als erwartet Riverside Warfare Bäume, okay Ich geh mal kurz die Münze holen Warte mal Aber der Baum ist das höchste, oder nicht? Beziehungsweise ich würd sogar sagen Ich werde auf dieses Ding dort gehen Weil ich hab das Gefühl Das ist irgendwie Sicherer als ein Baum Weil ich meine Lava verbrennt ja Bäume Normalerweise Richtig, Leute? Also ich werd mal einfach Auf ihn in seinen Kopf klettern Ist ja Teamarbeit Naja, nur dass Die meinen Es ist nicht wirklich eine Teamarbeit Weil ich sie ausnutze Also Ja, es ist eher sowas wie Hey, du hilfst mir zu überleben Und ich Ich helf dir Gar nichts zu machen Das ist richtig Ich helf dir einfach dabei Das Leben von jemand anderem zu retten Bevor du stirbst Das war sehr schwer zu erklären Aber Was sind die Leute? Ich glaube weniger, oder? Lass mal sehen Bro Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist Ich Wie überlebt man das? Hä? Oh Wir haben überlebt Okay, das ist crazy Dass wir überlebt haben, Leute Das war echt knapp Auf jeden Fall Also da habt ihr gesehen Das war einer der schweren Maps Weil es keine Stelle gab Die hoch genug war Nächste Map auf jeden Fall Okay Da würd ich sagen Diesmal Baumi, oder? Diesmal Baumi, Leute Hundertprozentig Oh verdammt Das ist gar nicht so einfach Kann ich Ja, ich komm hier hoch Tatsächlich ist der Baum So die Stelle hier Wo ich jetzt bin Die höchste Stelle Auf diesem Ast hier Oder was auch mal sein soll Weil es ja nicht ein Ast, oder? Okay, dann wollen wir mal sehen, Leute Ich bin mir ziemlich sicher Die Lava wird zu mir kommen Aber Wir werden sehen, Leute Ich bin sehr gespannt Auf jeden Fall Auf jeden Fall Habe ich immer noch ein Lächeln drauf Was mich sehr wundert, ehrlich gesagt Weil Wieso zum Teufel Lächere ich noch, okay? Ich meine Hallo Würdest du Würde jemand von euch In der Situation lächeln? Das ist meine Frage Die stelle ich euch gerade Also ich bin mir nicht sicher Aber ein paar Leute sind schlau Die haben sich dieselbe Stelle ausgedruckt wie ich Weil man kann ja ganz genau sehen Was das höchste hier ist Aber Ja, das riecht noch höher Oh wow Eine Sekunde Und wir überleben das Oh Gott, sei Dank, Alter Warte mal Shop Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 64 Punkte, ne? Oh, ich kann mir Oh, Turkey Leg holen Das ist nicht schlecht Das kann ich essen, wenn ich will Okay Also man kann sich dann halt Ein paar lustige Sachen holen Auf jeden Fall Was ziemlich geil ist Keine Frage Oh Was ist das hier? Das ist eine krasse Map, Bruder Okay Die Frage ist Komme ich irgendwie hoch? Ich habe wortwörtlich Keine Ahnung gerade Aber Es muss ja einen Weg Irgendwie hoch gehen Oder nicht? Weil unten bleiben Ist ja nicht die schlau CD Also Ja, das ist echt merkwürdig Lava kommt jetzt auf jeden Fall Alter Der baut sich da hoch Okay, ich mache dasselbe Ich gehe trotzdem runter, Leute Oh mein Gott Ich bin tot Oh mein Gott Ich Das war Ich habe Oh wow Ich habe es nicht gesehen Ich habe es nicht gesehen, Leute Und ich bin gestorben Das ist echt nicht einfach, seht ihr das? Wenn man etwas nicht ganz genau sieht Manchmal sind die Sachen halt so versteckt Dann hat man echt die Arschkarte auf jeden Fall Hier gibt es halt super viele Sachen Was man sich holen kann Für die Punkte, die man bekommt Fürs Überleben Und Warte mal Das ist Ja, das ist echt einfach, Leute Wahrscheinlich spawnen wir hier in der Mitte Sodass wir ja nicht Ich meine Theoretisch spawnen wir in der höchsten Stelle Manche Leute realisieren aber nicht Dass das die höchste Stelle ist Sie denken irgendwie Sie müssen sie suchen Aber nein Du bist da gespawnt, okay Die höchste Stelle, wo du bist Da bist du gespawnt Und Ja, hier sollten wir sicher sein Der eine ist natürlich ein A Typ Genau wie ich Weil, naja Wir Benutzen die anderen, um zu überleben Aber Ja, sieht auf jeden Fall ganz okay aus Würde ich sagen Ich meine Schaut euch das mal an, Leute Absolut crazy, was hier abgeht Ja, das ist die Überleben, Leute Das sieht auch sehr stabil aus hier Wodurch wir normalerweise das kleinste Problem haben Soll auf 30 Sekunden Das ist aber noch ganz schön lange, ne Leute, könnt ihr bitte aufhören Die ganze Zeit so rumzuspringen Ich meine Schon ziemlich frustriert Ich mach das auch mal Seht ihr, wie der das nervt? Wollte ich euch nochmal zeigen, okay Alter Okay, wir haben überlebt Das ist gut, Leute Gott sei Dank Aber Leute, wisst ihr was? Ich werde das Video nochmal stehen lassen Also Ja Mehr Roblox Lass uns doch um Sorry nochmal Es kann aber passieren, dass ich die nächsten Tage immer noch nicht ganz fit bin Aber ich schone mich gerade Und ich tue alles, was in meiner Macht steht Um mich so sehr zu entspannen wie möglich Äh Also ja Lass uns doch um Die Vermehrung von Abonnieren Kostens, um keine Videos mehr dazu zu passen Falls du abonnierst, aktiviere die Glocke Und ja Dann sehe ich dich im nächsten Video wieder Bye Outro